moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen video auf am kanal mit eurem block meine liebe community in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie könnt ihr eure items aus der vault simmen um herauszufinden was ist überhaupt das beste item in der letzten zeit war dann nämlich wenn die frage wie funktioniert das überhaupt dass ich meine items die in der vault sind überhaupt simmen kann um dann zu entscheiden welches das beste ist das machen wir direkt hier in dem parade beispiel wichtig ist natürlich zuerst ihr müsst natürlich einmal eure volt geöffnet haben so jetzt quasi kann dadurch dass er diese volt hier einmal geöffnet habt kann jetzt sozusagen rateboards und simulation kraft auf die items hier sozusagen zugreifen jetzt haben wir die volt einmal aufgemacht jetzt machen wir dann mit dem addon das nennt sich simulation kraft das müsst ihr euch dann einmal über kurs forge runterladen da gibt ihr in den chat einfach ein slash sim c dann drückt die enter dann habt ihr hier einmal diesen ganzen quellcode da wird alles was in eurem rucksack drin ist jetzt gespeichert und was in eurer volt war steuerung c einmal kopieren dann könnt ihr das ganze mit ok auch schon wieder schließen nun gehen wir hier auf rateboards ich habe hier zweimal das fenster aufgemacht weil wir zwei unterschiedliche sims machen möchten als allererstes gehen wir jetzt hier bei rateboards auf top gear machen jetzt steuerung v und fügen diesen string den wir haben gerade ein jetzt haben wir hier gv das heißt great wollte das sind die volt items wie die wir nun ja bekommen haben jetzt können wir sagen okay das ist ein tset da haben wir aber schon ein tset aber wir möchten jetzt zum beispiel die schultern dann hier zum beispiel nehmen und auf 489 upgraden und möchten die anziehen jetzt haben wir hier die handgelenke das lohnt sich nicht da haben wir crafting items drauf auf dem rücken haben wir ebenfalls crafting heißt den brauchen wir auch nicht jetzt könnten wir hier natürlich sagen okay wir nehmen mir die handschuhe graben die auf 483 zum beispiel ab und machen dann und dann machen wir hier zusätzlich noch einen tset teil mal draus graben das auf 483 ab und nehmen die hier raus heißt wir sind noch mal ein tset teil gegen weil wir hier oben ja auch sagen okay eventuell kann es ja sein dass die tset schultern gar nicht besser sind als das sondern umgekehrt jetzt gehen weiter runter gucken was haben wir hier sonst noch bekommen genau die normalen handschuhe brauchen wir sonst nicht die können wir natürlich trotzdem ein machen soll jetzt haben wir noch das schmuckstück hier auch das können wir einfach einmal nehmen mit sim soll jetzt kommt darauf an für was möchtet ihr sim wenn ihr hier unten ankommt und patchwork ein boss fünf oder sechs minuten macht dann sind ihr rate also wollen wir einmal natürlich wissen wie sind die items dann überhaupt im rate jetzt sind dann das ganze durch jetzt gehe ich hierüber macht das gleiche aber noch mal mit steuerung und v füge das alles ein wähle hier noch mal die schultern sozusagen aus die handlenke brauchen wir nicht wähle hier dann so zum beispiel die hände noch mal aus die erhöhen wir natürlich auf 483 die 473 er brauchen wir nicht wenn dann ebenfalls noch nehmen noch mal hier die hände mit erhöhen die noch mal auf 483 lassen die aber drinnen genauso wie wir hier auch das schmuckstück einmal aus jetzt gehen wir hier runter jetzt machen wir den gleichen sim noch mal aber jetzt möchten wir natürlich wissen wie ist es im mythic plus bereich denn dort kann sich das ganze immer mal ein bisschen ändern einfach nur dann schon fleiß machen alles andere funktioniert nicht und dann gehen wir wieder hier auf feind top jetzt gehen wir hier rüber ihr zeigt er uns hier an wir sollen den wir für den rate content zum beispiel wir sollen wir den spiegel hier oben spielen und diese das schlangen schmuckstück spielen haben einen damage upgrade von 0,3 prozent heißt okay hier haben wir jetzt wenn wir reden gehen lohnt sich auf jeden fall aus der world nichts anderes ihr seht nichts anderes wird markiert das schmuckstück aus der great world heißt in dem fall ist für uns das beste mit 0 3 naja jetzt sind wir uns hier mit die plus durch da kann was anderes rauskommen muss aber nicht gerade wenn so schmuckstück und waffen sind wird man in den meisten fällen auch die wählen jetzt warten wir hier ab gucken so wenn wir jetzt zum beispiel gucken für den mythic plus content ist alles nicht brauchbar na für den mythic plus content könnten wir jetzt einfach sagen okay wir nehmen gar nichts aus der world weil alles wäre rein theoretisch aus dieser world einfach eine ja eine verschlechterung wir sehen hier wie wenn wir die tset handschuhe umwandeln hätten wir 0,1 prozent weniger wenn wir die normalen handschuhe nehmen sogar 0,2 mit dem schmuckstück beiden werden wir beim mythic plus konnte bei 0,7 prozent hier wenn wir bei 1,4 und wenn wir sogar die schultern umtauschen gegen ein anderes stück mit dem tset werden wir hier sogar bei 9,3 prozent einfach verlust heißt wir werden hier für ein plus zum beispiel bräuchten wir einfach gar nichts wir können jetzt für den plus content rein theoretisch hier reingehen und könnten einfach bei der bolt jetzt sagen okay wir brauchen die handschuhe nicht wir brauchen die handgelenke sowieso nicht wir brauchen den rücken nicht wir brauchen die schultern nicht wir brauchen die schultern nicht wir brauchen wir an sich einfach gar nichts man könnte jetzt sagen okay wir nehmen das weil es ist ja für den rate upgrade haben aber natürlich dann für die mythic plus content nicht bekommen in dem fall wäre das dann rein hypothetisch die woche keine so berauschende wort weil wenn wir jetzt die schmuckstücke aufwerten die muss auch noch dazu sagen dieses schmuckstück zum beispiel ja ist jetzt nicht unbedingt bad wir hatten ja ein upgrade an was ja auch gar nicht so verkehrt war wenn wir noch mal rein gucken wir hatten jetzt zwar hier keins und wir hatten im raten upgrade so jetzt muss man dazu sagen er tauscht natürlich die m plus schmuckstück aus wenn ich jetzt meine schmuckstücke wieder anlegen würde wäre diese wollte hat einfach nur für die mülltonne und wir würden ich würde einfach gar kein item jetzt nehmen man kann ja die sechs dinger nehmen muss man überlegen das ist die dritte volt und alles hier ist müll also ich brauche nichts davon weil ich gerade meine mythic plus schmuckstücke an habe meine mythic plus schmuckstücke es sind in dem fall natürlich für den mythic plus content ausgelegt und nicht für den rate content und meine rage schmuckstücke sind hat einfach besser als die schlange und alles andere hier raus brauche ich nicht weil schultern wie gesagt habe ich schon brauche ich dem fall auch nicht handgelenke habe ich kraft den brauche ich nicht rücken habe ich kraft den brauche ich nicht und auf den händen habe ich einfach bessere handschuhe drauf dementsprechend ist diese volt zum beispiel für mich die dritte volt gewesen diese woche also jetzt in der season und einfach unbrauchbar so könnt ihr also relativ schnell und einfach für euch entscheiden wie simme ich und was ist für mich nun brauchbar ich packe euch unten in die seite rateboards in die video beschreibung rein da könnt ihr dann einmal wie gesagt draufklicken das ganze mit dem addon simulation kraft mit smc dann selber machen so habt ihr immer das bestmöglichste natürlich wie gesagt ihr müsst dann natürlich gucken wie bei mir jetzt wenn ihr natürlich ein plus items an habt so wie schmuckstücke und ihr wollt reden gehen na dann solltet ihr natürlich am besten auch noch mal wieder eure schmuckstücke umziehen dann geht ihr jetzt zum beispiel einfach rein ihr könnt ja dann sagen okay ich habe hier die welt schmuckstücke jetzt zum beispiel dass wenn denn das hier das auge zum beispiel und das klingelt vom signi des brandmahl zieht man die an und macht dann noch mal für wetten extra sind und guckt dann ist resans auge und das sind die jetzt besser oder schlechter natürlich das ganze kann man natürlich ebenfalls auch gegen sind ansonsten wie gesagt hoffe ich natürlich das kurze ja wir haben wir noch gut sieben minuten ist noch relativ kurz das kurze video hat euch hoffentlich gefallen hat euch so ein bisschen weitergeholfen damit ihr einfach mal seht okay wie sind mir ich überhaupt meine volt ansonsten natürlich drücke ich euch ganz 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 dolly die daumen dass ihr was gutes in der world bekommt ansonsten bleibt natürlich gesund bleibt munter wenn euch das video gefallen lasst mir daumen nach oben da ihr wisst meine freunde support ist kein mord und jedes däumchen ist ein schäumchen und bringt diesen kanal hier natürlich voran ansonsten viel viel vielen dank dass er wieder dabei war eingeschaltet habe bleibt gesund bleibt munter ich bin raus euer brocken